Ah, Benni, das da hinten ist die Grundschule, Brüsche. Und der eine hat doch die Fotokamera. Ja, ist doch gut. Das da hinten ist die Grundschule. Das ist der Kindergarten, das da hinten ist die Grundschule. Das heißt klar, da gibt es schon wenig mehr eine. Guck mal, was ist da? Da ist ein Basketballplatz. Das ist schon bald. Was ist denn, Bruder? Ja, der. Das ist schon bald.